Meine Damen und Herren, wir sind bei August von Platten, bei seinem Gedicht Tristan. Tristan kennen Sie ja aus Wagners Oper, Tristan und Isolde. Und hier bei August von Platten haben wir es ebenfalls mit einem der Schönheit und der Liebe Verfallenen zu tun. August von Platten, geboren 1796, war eine tragische Gestalt. Er hat sich angelegt mit einem der großen Dichter seiner Zeit, Heinrich Heine. Er hat Heinrich Heine als Antisemiten bezeichnet, deutlich gemacht, das jüdische Erbe von Heine. Und er hat wahrscheinlich dadurch verhindert, dass Heine den Lehrstuhl an der Universität München bekam, um den er sich beworben hatte. Heine hat sich gerächt, hat herausposaunt, dass August von Platten homosexuelle Beziehungen hatte. August von Platten hat dadurch nicht wieder nach Deutschland zurückkehren können von einer längeren Italienreise. Er fühlte sich gebranntmarkt und hat dann noch einige Jahre in Italien ausgehalten und ist dem Alkohol verfallen und dann 1835 als 39-Jähriger in Italien gestorben. Hören wir jetzt Tristan, ein Gedicht aus dem Jahr 1825. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon ein Heim gegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen. Und doch wird er vor dem Tode beben, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ewig wird für ihn der Schmerz der Liebe, denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe. Wenn der Pfeil des Schönen je getroffen, ewig wird für ihn der Schmerz der Liebe. Ach, er möchte wie ein Quell versiechen, jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen und den Tod aus jeder Blume riechen. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ach, er möchte wie ein Quell versiechen.